Hey there und konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu, zurück mit nem kleinen neuen Projekt, und zwar Mario Kart Double Dash, mit dabei. Chaotisch und schnell, Chaos on the Gags 89. Im wahrsten Sinne des Wortes, chaotisch und schnell. Doch auch zu dem Spiel. Ich hab das Spiel so irre lang nicht mehr gespielt. Ich glaub, damals, als er das erste Mal rausgekommen ist, auf dem Gamecube. Dementsprechend, wir gehen natürlich durch alle Cups durch, würd ich sagen, und dementsprechend müssen wir leider mit dem 50er Cup beginnen. So, wir haben uns keinen Gedanken über die Teamaufstellung gemacht, haben wir. Nein, haben wir nicht. So, mit wem fahren wir denn? Ich war immer ein Fan vom Cooper. Super, dementsprechend werde ich den Cooper nehmen. So, ähm, was für ein Grad wollen wir denn haben? Acceleration wäre, ähm, das wäre so ziemlich Standard. Ich, okay, du bist so verdammt für den, gehen wir mal, wir können keine höhere Speed. Ah, dann darfst du entscheiden, was für ein Karren wir nehmen. Okay. Acceleration bedeutet halt, der Geschwindigkeitsaufbau vom Anfang an. Und Speed ist, glaub ich, die Höchstgeschwindigkeit. Also, wir haben hier auch nur eine 3 Auswahl. Also, das eine ist auf... Also, das ist eher auf Speed und das baut langsam auf, während die anderen halt nicht so ein Höchstspeed, aber sehr schnell aufbauen. Wenn ich das jetzt richtig verstehe. Ich denke mal, ja. Aber mir liegt bei einer höheren Geschwindigkeit oder einer, die schneller aufbaut. Ich würde tatsächlich sagen, hier, weil da ist halt, ähm, ähm, ausgewogen. Ja. Nein, mir das. Okay, Mushroom Cup. Ähm, wir können die Charaktere wechseln. Ich hab nur momentan noch keine Ahnung, wie. Ähm. Dementsprechend, wir... Wir werden gleich sehen, wer... Okay, ich starte. Das heißt, du müsstest mir dann Gas geben? Ja, du müsstest mir Gas geben. Mhm. Oh, das war schon mal sehr gut. Ja. Das hat super gut funktioniert. Ja. Bist... Bist du derjenige, der für mich in den Drift geht oder so? Das weiß ich nämlich nicht. Ohne Frage. Muss ich jetzt jetzt auch mal rausfinden. Nee, ich... Oh, man... Man springt nicht, sondern... Oh, es ist... So tut man die Items... So schmeißt man sie... Äh... Und so gebe ich dir das Item nach hinten ab. Alles klar. So. Das habe ich mit der X-Taste gemacht. Mhm. Und mit der Y-Taste. Ich hab nur... Frage, wie schau ich jetzt zum Beispiel nach hinten, wenn ich einen nach hinten werf. Das weiß ich nicht. Okay, die Schultertasten gehen so in den Break. In den Drifts. Auch wenn du das machst, dann... Ähm... Verwirrst du mich. So. Den hätten wir. Jo. Es hat nur das Problem, wenn ich nicht nach hinten schauen kann, weiß ich halt nicht, wann sollte ich die Items schleudern. Und dann nicht. Das... Äh... Kann ich dir leider nicht sagen. Mhm. Aber jetzt... Äh... Kommen wir gerade halt... Ja, das... Das haben wir sicher. Mhm. Ähm... Ich weiss halt nur nicht, wie man den Fahrer wechselt. Wir probieren es ja gleich mal an der Geradesteck. Was ist, wenn ich X drücke? Nein, dann wirft er das Item. Wenn ich kein Item habe, macht er nichts. Hm. Ne. Keine Ahnung, wie er dann den Schar wechselt. Hab jetzt mal alles durchgedrückt. Das werden wir noch herausfinden. Ist er jetzt so eine Gewöhnung? Ja. Außerdem, hier ist das noch nicht ganz so wichtig. Hm. Am wichtigsten wird es dann erst dann gegen 150 und höher. Weil ich möchte halt auch mal, dass der Chaos mal fahren darf. Hm. Nur, dass wenn ich Oberstadt weiß ich nicht, wie das genau geht. Ich auch nicht. Oh! Ja, das war jetzt nicht so. Das hat Spezial-Item. Das Eier kann halt alles drin haben. Ja. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Ah, toll. Ach, jetzt. Börder. Hui. Äh. Ach, scheiße. Oh, ich weiss noch mal. Alles riecht im Abseits, yo. Ich weiss halt nicht, was alles drin sein kann. Ich würde sagen, alles. Hm. Da, okay. Alles klar. Äh. Das tut's auch nicht. Das ist so doof. Ja, ich wollte mal gleichzeitig drücken, die beiden Schulter-Tasten, aber das tut's auch nicht. Weil normalerweise tut er das eigentlich für rückwärtsschauen, aber anscheinend tut er das auch nicht. Warum kann man nicht wechseln? Das ist so komisch. Hm. Also, irgendwie muss es gehen. Wo? Das habe ich nicht gesehen. So, noch ein bisschen taunten. Ja, immerhin das kannst du. Ja. Die Zunge rausstrecken. Ja. Immerhin eine Sache, Christian. Hm. Next course. Oh Gott, der Babypuck. Ja. Der wahre Albtraum. So, unnötig im Mario Kart 8. Eigentlich im Allgemeinen. Wow. Tofu-Strecke. Da habe ich jetzt gepennt. Ich nehme mir den Pilz gerne mit. Wow. So. Einmal. Baby. Ich habe den Panzer nicht gesehen. Ich habe den Panzer nicht gesehen. Ach, shit. Ah, in der Mitte locken. Stern. Alter, hier liegt so viel Schrott rum. Die Banane fahre ich bestimmt nicht. Ey, das... Das ist doch nicht wahr. Ja, ich will aufholen. Nicht nur du. Ja, hab ich jetzt der Beste. Oh. Nice. Und nochmal. Fuck. Ich glaube, ich hab ihn nochmal erwischt. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der nicht durch eine andere Seite... What the fuck? Verdammt. Oh Gott. Uff. Nein, noch nicht. Das ist... Nein. Das war jetzt so unknapp. Der ist doch fast noch überwommen. Aber ich glaube, der ist noch durch meine Banane durchgeschlagen. Das hat noch Geschwindigkeit draus genommen. Das klappt mit. Das ist er. Holy shit. Das war ein Safe. Hätte ich nicht damit gerechnet, dass es noch klappt. Ich auch nicht. Holy shit. Okay, es kommt drauf an, wann ich auch Gas drücke. Alles klar. Der Fahrer muss anders Start drücken, als der, der hinten steht. Mario time. Nein. Oh. Ich hätte ein bisschen später starten sollen. Ja, okay. Ich dachte, er reicht für die gesamte Grube. Ich, ehrlich gesagt auch. Aber das ist nicht Mario Kart Wii. Oder... Ach, Deluxe! Was? Ich verdiene da. Wow! Ah! Blib, 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 blib. Oh, meine Nase juckt gerade, ganz eklig. Ach, ich wollte sie zu früh platzieren. Okay, was bekommen wir jetzt? So, der Nervo, der doch fährt, hat ein Problem. Oh, die Banane war fies. Aber wir sind so weit abgeschlagen, das wird kein Problem. Wir werden jetzt plötzlich gemario kartet. Allerdings ist das hier halt nicht online, deshalb bezweifle ich das irgendwo. Und es ist auch nicht Mario Kart Wii. Wow. Ja, das war meine Banane. Wow. Ah, komm. Da war mal ausnahmsweise der Gegner nicht zu blöd. Oder ich. Also nicht da in der Mitte, da ist ich... Ich vergesse diese Kacke so schnell. Das ist der Wahnsinn. Warum schickst du mich durch die Hölle? Ich habe keine Ahnung. Hölle, 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 halt. Oh, Gott. Oh, Gott. Möp, 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 möp. Avaart Ceremonie! Yay! Wir sind A! Natürlich nennt man sich ja dreifach A, ist ja klar. You got the green fire! Nice. Start game! Moment. Option ist hier irgendwie... Nein, man kann sich nicht ansehen, mit was für einem Knopf man das macht. Hm. Okay, Grand Prix. So. Für jeden Grand Prix andere Aufstellung nehmen? Ja. Okay. Dann gehe ich mit Daisy. Nehmen wir das Tramport, das ich mir selber ausgedacht habe. Daisy und Luigi. Ah, man kann das hier machen, indem man die Schultertasten drückt. Hm. Interessant. Okay. Oh, hier die... Hier hätten wir... So ne Geschwindigkeit brauchen wir aber bei 50ern nicht. Da können wir eigentlich immer im Standard Card bleiben, würde ich sagen. Ähm. Okay. Wenn ja Mario Peach hat, dann hat der Luigi automatisch für mich Daisy gehabt. Ja, für mich auch. Okay. Ähm. Also, ich... Äh. Welche Taste fährt man da... Ah, doch, ah. Ja. Mit welcher Taste hast du denn gerade mal zugeschlagen? Ah, mit der... Okay. Hm. Äh. Und mit der X- oder Y-Taste gibst du mir das Item. Ja. Danke Mario, dass du mir unbedingt das Item klauen musst. Ja. actually, wir haben... Know wirklich, wir haben ja... auch echt... Man kann... Ich habe den Pilz da gerade mit dem roten Panzer kaputt gemacht. Whaaaaat?! Man kann Pilze zerstören?! Ja, anscheinend... Hm... Okay... Okay. Äh... Ah, dann hätten wir einen Pilz bekommen. Nice. Hätte fast geklappt. Der Pilz. Sehr gut. Ha, gib mir das Item. Ich habe das Item geklaut. Yes. Und die sind sogar reingefahren, glaube ich. Daisy hat gejubelt. Hm. Oh, shit. Wie komme ich wieder nach oben? So. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist nach einer Zeit. Hm. Gib mir das Item. Sehr gut. Nice. Sehr gut. Nach dem 3. Danach hat es wenigstens mal geklappt. Die Abkürzung. Ja. Man sagt ja, alle guten Dinge sind 3. Hm. Die Abkürzung. Die Abkürzung. Die Abkürzung. Okay, das war genug Vorschau Okay, das war zu früh Okay, was bringt uns das? Ja, ich wollte Dekka ran, der hätte mir so eine Mega-Banane klauen können dadurch Vielleicht Ich weiss nur, dass wir mit diesem Herzschild die Itemtreffer absorbieren können und dann das Item bekommen von dem Ob wir dann dadurch auch die Items, die sich halten, klauen konnten, bin ich mir jetzt halt unsicher Aber ich denke, ja Keine Ahnung Na So, den roten Panzer kannst du mir geben Genau Ah, nice Hat die Banane hier genommen Sehr gut So gesehen haben wir gerade drei Items Und solange die nicht auf die Idee kommen, näher zu kommen, muss ich den roten Panzer auch nicht einsetzen Also passt ja Wir sind so weit vorne Null Probleme Aber ich glaube, Blue Shell kann damit nicht touchen mit diesem Schild Gibt es eigentlich ein Blue Shell in Double Dash Meines Wissens nach, ja Mal sehen, wann wir, oh Okay, das war's Schon mit dem Schild Egal, wir sind so weit in Führung, selbst wenn ein Blue Shell kommt Macht uns das nichts Macht uns das nichts Den wollte ich auch noch, aber da war ich zu schnell Oh Danke Wir können uns sowas leisten Ich denke schon dran, irgendwie rückwärts noch ins Ziel zu fahren bei einem Riesenvorsprung, aber ich glaube nicht, dass ich das in kriege Versuch's doch mal Bei der nächsten Strecke, wenn ich gut Vorsprung habe, versuch ich's mal Immerhin haben wir einen Vorteil Wenn ich im Online-Rennen gemacht habe, wenn ich einen Riesenvorsprung gemacht habe, um den Gegner noch zu verarschen Hä? Hä? Okay, wann muss das getankt werden? Oder muss ich schon deutlich früher rennen? Hm Egal, wie Rüdiger sagen würde, wir räumen das Feld von hinten auf Hm Okay, ich Mache Pilz Hm Wow Der blöde Tisch Ja Blöder Tisch Äh, ich wollte eigentlich doch auf der linken Seite sein Oh scheiße, und da war natürlich ein Stern, ey Hm Jetzt wissen wir auch, also in diesem Eid, diesem Eid, diesem Eid, können also auch Sterne drin sein Hm Jetzt wissen wir's zu 100 Prozent Und? Äh, ich wollte den Babys in die Schnauze hauen Durfte ich leider nicht Doch da Jetzt kannst du's nochmal Das Ei hat uns zum Glück nicht erwischt, das war für jemand anders Gut, ein einziges Zeichen ist halt an Trunks und Gotten, weil die haben keine Daseinsberechtigung Nicht wirklich, nein Ja, natürlich hat jemand schon den Stern weggenommen, sonst wär der, glaub ich, noch da, außer hätte ich's brauchen, nach der Zeit Wenn wir jetzt noch mehr Pilze bekommen, dann ist unser Vorsprung groß genug Hm Aber ich glaub, auf den ersten Pilz zu kriegen, ist ein bisschen schwierig Ach, das reicht Ja Das reicht, Dicke Jetzt hab ich noch die Frage, ob ich's dann gleich auf jeden Fall versuche, Henkli gar nicht zu viel Vorsprung zu verlieren Wir werden sehen Wie mit dem Pilz? Ich glaub, ich hab was gehört War das blauer Pan... Äh, blau ist uns relativ egal So Bitteschön Sehr gut Ja, ihr seid zu langsam, dann kann ich das Oh yeah Aber das mach ich jetzt auch nur einmal Nur um uns gezeigt zu haben, dass ich das kann Das ist so ein Pro-Move Äh Einfach ein ganz versteckter Hä? Okay, also das mit Torbostart, das kriegen wir irgendwie noch nicht so hin Dickei Komm her, du blöde Affe Oh haha Aua Aua Oh, da flog eine Bombe Hm Da hat's die Bombe reingeschmeißt N- een? Ne riesige Bombe reingeschmeißt Hm Wo ist die Decay? Ah auf dem dritten Du fieser Hat schon wieder versucht Ach shit Oh ne Oh ne Die Steuerung ist da Ah jetzt weiss ich schonmal wie das driften geht Ja ja mit der Schultertaste Hab ich vorhin schonmal gesagt Ok Gib mir den Panzer Ok Wie viele rote Panzer wir haben ey Oh jetzt nehmen wir uns natürlich die Items weg ey Wenn wir an die rankommen können dann könnte ich die boxen Oh ne Ja fahr ruhig drauf Ja fahr ruhig drauf Ist gut Wir haben noch ein bisschen Zeit die Babys einzuholen Komm schon Damit können wir grad nichts anfangen Damit können wir grad nichts anfangen Mit den Items eher weniger Du musst mir das Item geben Ja Fuck Ja Die waren fies Die waren fies Die waren fies Die waren fies Die Bananen Ja Naja die Babys kriegen wir nicht mehr Ich behalte jetzt den Panzer nur damit wir uns so selbst schützen können Ja Ja Scheiss Babys Ja 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 Ein perfektes Chor Blöde Babys Okay Na gut Award Ceremony Haben wir schon mal gesehen Mhm Congratulations Natürlich einfach AAA Genau Bloom Coach Na gut, damit würde ich sagen, das war euer Keanu, Matt. Let's play Mario Kart Double Dash mit dabei. Haus 118 hat sich denn ein bisschen angepasst über diesen Babys und über DK vorhin. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö.